So, Moin Leute, sieben Uhr, heute geht's ab nach Hamburg. Ja, machen wir jetzt sofort. Klassenfahrt. Hallo. Ja. Wie lange haben wir noch? Noch? Warte, noch? 1,5 Stunden. 1 Stunde und 15. Oh, heute hier auch alle Tage. Hallo. Ja. Wollen alle Film werden, ne? Ja, das ist so unbezäubig. Ich bin in der Instagram verlinkt. Und genau, alle in der Beschreibung natürlich. Und wir sind uns meine Freunde. Wir sind dann in Wann. Hamburg, Hamburg, Boys and Girls. Und? Was machen wir heute? Also, äh, rumlaufen einfach nur. Rumschlaufen. Rutschlaufen. Das hat alles zu. Rumlaufen ist halt alles zu. Tschirien. Und ein bisschen ehrlich. Trauer. Trauer. Ha, ha. ja wir machen jetzt eine sogenannte hafen rundfahrt führung und diese ist jetzt ein paar impressions das ist schon echt der frischste starke seien so wie ich gesehen habe das sind auch nur Girls, Girls. Oh, was hier? Wo denn noch, Elena? Das ist einfach so ein Tempel. Oh, Alter. Krass, Alter. Einkaufszentrum. Keine Ahnung, was wir jetzt machen, ne? Was machen wir jetzt, Lena? Ha, keine Ahnung. Sie sehen uns sogar vorher mit dem ganzen Zuschauen. Was denn? Leggings. Everyday, every night. Lena hier. Sag doch doch so ein Bild, Alter. Du bist doch nicht so aus dem Label. Insider-Beschreibung, oder? Wer ist denn ein Problem denn? Haben ein paar Follower auf deinen Nacken. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Keine Ahnung. Okay. Und einen Tag schon später sind wir immer noch hier. Wir sind immer noch in der Europapassage. Wir werden jetzt mal ein bisschen durch Hamburg touren. Du musst so viel. Und, hallo, jetzt sei mal ruhig jetzt. Und dann, ja. Wegt ein Tag, ein Tag, ein Tag! Oh, 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 oh! Hallo liebe Freunde! Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog! Wer ist schon der Alte? Oh, der Alte? Was heißt das? Ja das ist der von heute schon. Da wurde das schon lange geschadet. Ja, ich weiß. Aber das ist das neue Intro jetzt. Ich grüße meine Familie, meine Freunde, ich grüße da und gehen raus. Okay, ja machen wir, ne? Machen wir. Genau. Übrigens sind wir im Fernsehen von Hamburg jetzt. Ja, genau. Ne? Hallo. Leo ist auch eine fette Frau und genau. Ist fett. Leo wollte mal tschüss sagen. Tschüssi. Und lasst euch frischen Like dann. Und süßes Kommentar. Genau. Und adios. Ja, sehr verehrt.